Hier sehen wir Adelaine Florence und Quincy Nightingale. Die beiden sind die Zuständigen für die Gefahrenminimierung auf Hogwarts. Ihr Sicherheitskomitee soll zwischen der Schule für Hexerei und Zauberei und dem Zaubereiministerium vermitteln. Dafür arbeiten sie eigenständig eigene Sicherheitskonzepte aus. Bis jetzt sind in all den Jahren, die sie arbeiten, noch keine Fehler passiert. Zugegeben, es gibt sie auch erst seit einem Jahr. Aktuell arbeiten sie für das neue Schuljahr neue Sicherheitsvorkehrungen aus. Dem Schuljahr, in dem Harry Potter das erste Mal nach Hogwarts kommt. Dieses Jahr haben wir durch Harry Potter besonderen Fokus auf die Sicherheit der Schule. Schließlich wäre es jetzt nicht die beste Publicity, wenn er sich direkt im ersten Schuljahr verletzen würde oder den Tod findet. Ach Harry Potter, ist doch der Junge, der überlebt. Was soll dem denn noch passieren? Ist ja nicht so, als ob ständige Hogwarts-Schüler sterben würden. Aber du hast recht. Auch durch die Verantwortung des Steins der Weisen sollten wir definitiv verschärftere Maßnahmen treffen. Naja, also laut Dumbledore hat er doch im dritten Stock schon dafür todsichere Maßnahmen getroffen. Gut, dann lass uns doch den dritten Stock magisch versperren. Gute Idee. Wir brauchen etwas, wofür selbst SiebtklässlerInnen aus Spaß den Gegenzauber nicht herausfinden können. Ja, dann ist ja klar, welcher Zauber als einziger in Frage käme. Koloportus! Es kommt doch niemand auf den Gegenzauber. Alohomora ist so ein komplexer Zauber. Nee, also ich kenne auch niemanden, der so einen komplexen Zauber fehlerfrei beherrscht. Wunderbar. Hätten wir das ja geklärt. Nach der ersten Flugstunde für Harry bestand für McGonagall kein Zweifel. Sie brachte ihn als Sucher ins Quidditch-Team. Als jüngster Sucher seit 100 Jahren beantragte das Schulkomitee eine Überprüfung der momentanen Sicherheit für ErstklässlerInnen. Die Hüte haben doch einen Helm, das passt schon. Einige Wochen später erreichte Adelaine und Quincy die Beschwerde von Mr. Lucius Malfoy, dass man seinen Jungen zur Bestrafung nach Sonnenuntergang in den verbotenen Wald geschickt hatte, um einen Tiermörder zu finden. Ja gut, das war vielleicht jetzt nicht die beste Bestrafungsidee. Aber der junge Malfoy hätte ja auch einfach nicht die Regeln brechen müssen. Wer würde von Elfjährigen sowas schon erwarten? Und er hatte immerhin einen Hund dabei. So nämlich. Und ansonsten ist der verbotene Wald ja auch ausreichend für SchülerInnen geschützt. Schließlich heißt er verbotener Wald. Und außerdem hängt ja auch eine Kette davor. Die ist zwar meist runtergerissen, aber dafür sind wir nicht zuständig. So nämlich. Wir müssen Mr. Malfoy aber jetzt schon eine verbesserte Alternative zur Bestrafung anbieten. Wie wäre es, wenn wir es zukünftig Filch überließen? Nein. Naja, sie können alternativ im Schwarzen See nach verlorenen Gegenständen tauchen. Aber war da nicht dieser Riesenkrake? Ach, das passt schon. Ende des Schuljahres gelang es Harry erneut, Voldemort zu besiegen und den Stein der Weisen zu retten. Puh, da hat Harry aber einen kleinen Schock bekommen. Aber sonst geht's ihm gut. Aber so eine kleine Sonderprüfung, um noch einmal extra Punkte abzusahnen, kann man halt auch mal machen. Ist halt auch einfach nett von Dumbledore gewesen. Er hat schließlich Harry auch persönlich zum Krankenflügel getragen. Ja, es hätte ja auch keiner erwarten können, dass eine Truppe elfjähriger Alohomora beherrscht. Ach, die Kinder heutzutage sind so schlau. Ja, also vielleicht war der dreiköpfige Hund eine Teufelsschlinge, messerähnliche Schlüssel und ein tödliches Schachbrett nicht die angemessenste Idee in einer Schule voller Kinder. Aber das war ja schließlich auch nicht unsere Idee. Und außerdem ist ja niemand gestorben. Außer Quirrell. Ja, das passt schon. So nämlich. Das nächste Schuljahr steht vor der Tür. Nachdem aus unerklärlichen Gründen der letzte Verteidigungslehrer verstorben ist, setzt Dumbledore dieses Jahr sein Vertrauen in Gilderoy Lockhart. Meinst du, ich könnte ins Schloss leichen und ein Autogramm von ihm bekommen? Nur ein Autogramm? Ich möchte ein Kind von ihm. Na, wenn ich mir das so anschaue, kommt er da nicht ein wenig zu spät? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber dieses Jahr müssen wir uns wirklich absolut keine Sorgen machen. Lockhart nimmt uns mit seinem Talent die komplette Arbeit ab. Harry Potter war leider verhindert, mit seinem Freund Ron Weasley in den Hogwarts-Express zu steigen. Allerdings krachten sie mit dem Fort Anglia in die peitschende Weide, die für Kinder natürlich perfekt und ungefährlich dort gepflanzt wurde. Wer kam eigentlich auf die grandiose Idee, diese Monsterpflanze dort zu errichten? Dumbledore. Wer auch sonst? Naja, immerhin blüht sich schön im Frühling. So nämlich. Die Schule ist in heller Aufruhr. Denn laut der Schrift an der Wand im ersten Stock ist die Kammer des Schreckens erneut geöffnet worden. Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Ja, dann sollten die Schlammbüter wohl mal ein bisschen aufpassen, ne? Also Adelaide, lass uns doch mal strukturiert vorgehen. Wir sollten uns dringend Baupläne von Hogwarts geben lassen, um die Kammer des Schreckens zu suchen. Gute Idee. Was passierte denn vor einigen Jahren, als die Kammer schon mal geöffnet wurde? Na, da musste die maulende Mürte halt dran glauben. Die lebt seitdem in den Rohren von Hogwarts. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wieso die Rohre in Hogwarts so verdammt groß sind? Sie werden ja wohl kaum davon ausgehen, dass sich alle Geister da niederlassen. Oder irgendwelche anderen komischen, ja vielleicht sogar gefährlichen Kreaturen. Sag mal, wo führen eigentlich all die Rohre mit ihren Fäkalien hin? Na, in den Schwarzen See. Ach, der, über den die Erstklässler am Anfang des Schuljahres immer rüber müssen? Ja, genau der. Naja, passt doch. Während des ersten Spiels der ersten Saison ereignete sich auch der erste dramatische Unfall. Doch talentiert, wie Professor Lockhart war, fand er einen Weg, die Schmerzen zu minimieren. Ja gut, dass der junge Potter keine Knochen mehr im Arm hat, ist natürlich bedauerlich, aber das Vertauschen eines Buchstabens bei einem Zauber, das kann ja auch am besten Mal passieren. Und immerhin lebt er noch. Viel wichtiger ist die erneute Beschwerde von Lucius Mervoy. Oh nein, was missfällt ihm denn dieses Mal? Er behauptet, dass die Sicherheit der jungen Spieler nicht gewährleistet ist. Harry Potter sei, bevor er den Schnatz gefangen habe, schwer verletzt worden, weshalb das Spiel hätte unterbrochen werden müssen. Ganz im Sinne des Potter-Jungen? Natürlich. Deswegen annulliert er den Sieg und plädiert eine Wiederholung des Spiels. Ich frage mich allerdings, inwiefern die Sicherheitsmaßnahmen für das Wiederholungsspiel verschärft werden sollten. Wir haben nun mal nur Budget für einen Helm pro Team und die Hüter kriegen schließlich die meisten Bälle ab. Wie hoch ist statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal passiert, dass Besen oder gar Spielbälle verhext werden? Außerdem haben wir noch Lockhart. So nämlich. Der nächste Schüler wird Opfer des Monsters aus der Kammer des Schreckens. Diesmal ein Erstklässler. Bei Merlinsbad, jetzt haben wir schon diese Baupläne und finden trotzdem keinen Hinweis auf irgendeine versteckte Kammer. Sollten wir vielleicht ein Aurorenteam als Verstärkung hinzuziehen? Nein! Und noch ein weiterer Schüler. Diesmal ein junger Hufflepuff. Und wer hinterlässt uns eigentlich auch so eine schmutzige Karte voller Kaffeeflecken? Und da sollen wir noch was finden können. Ja, also, wirklich, das ist so eine Schlamperei. Ich möchte mal wissen, wer das gewesen ist. Und noch eine Schülerin. Du kannst mir doch nicht sagen, dass keiner der Gründer eine Riesenkammer mit einem jahrhundertalten Monster heimlich gebaut hat und das dies niemand auf dem Plan vermerkt hat. Naja, vielleicht, ähm, hat sich die Kammer ja selbst gebaut. Schließlich wurde die Kammer gefunden. Der Basilisk besiegt und Lockhart das Gedächtnis genommen. Ja, das ist echt tragisch, dass Lockhart für nichts mehr zu gebrauchen ist. Ähm, aber gut, also so toll war er ja eigentlich auch nie, ne? Und sein Lächeln auch nicht. Und einem jungen Zauberer die Knochen einfach weg zu zaubern. Und das bei einem so einfachen Zauber. Sowas würde selbst den schlechtesten Zauberern nicht passieren. Ähm, ich sehe gerade, ich glaube, ich habe die Kammer jetzt auf dem Bauplan gefunden. Was? Wie das? Es gab eine Rückseite. Ja gut, das, ähm, müssen wir ja niemandem sagen. So nämlich. Ach, Sirius Black. Der einzige Black, der nicht bei uns im Gemeinschaftsraum saß. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet aus ihm so jemand wird. Ach ja. Sirius Black. Wusstest du eigentlich, dass ich damals was mit ihm hatte? Was, du auch? Wie? Das Schuljahr beginnt und die ersten Unterrichtsstunden werden abgehalten. Auch Hagrid feiert sein Debüt als überforderter Professor. Guess what? Gott, wir haben eine Beschwerde von Lucius Malfoy. Was du nicht sagst, wuhu. Er fordert einen sofortigen Lehrerwechsel in Pflege magischer Geschöpfe. Also, ich muss sagen, ganz falsch liegt er ja diesmal da nicht, ne? Ich weiß nicht, welcher gesunde Menschenverstand einen zauberstablosen Schulabbrecher mit minimaler Ausbildung als kompetenten Lehrer einstellt. Auf einen Lehrerwechsel wird Dumbledore aber mit Sicherheit nicht eingehen? Na, dann soll Hagrid halt in Zukunft die Schülerinnen nur noch Flubberwürmer füttern lassen. So nämlich. Auch das diesjährige erste Spiel der Quidditch-Saison endet wieder in einem Desaster. Denn Harry fällt mehrere Meter in die Tiefe, während Dementoren über ihm kreisen. Jetzt beschweren sich die Leute schon, dass die Dementoren ihren Job machen. Man kann's aber auch wirklich niemandem recht machen. Wir haben übrigens wieder mal eine Beschwerde erhalten. Was will Lucius Malfoy denn jetzt schon wieder? Slytherin hat doch diesmal gar nicht mitgespielt. Nun, diesmal haben wir einen Heuler von Molly Weasley. Bei Rovinas Theodem. Das ist ja fast noch schlimmer, was will sie denn? Sie beschwert sich übers... Wetter. Was haben wir damit zu tun? Soll sie sich doch in den magischen Wetterdienst wenden? Sie meint, unabhängig von den Problemen. Mit den Dementoren. Würden ihre armen Kinder sich noch eine starke Erkältung zuziehen, wenn sie bei diesem nassen Wetter Quidditch spielen? Sag ja einfach, wir... kümmern uns drum. Das Schuljahr neigt sich wieder dem Ende zu. Sirius Black entkommt seiner Gefangenschaft und keiner weiß warum oder wo er ist. Wem schreibst du denn da? Naja, jetzt... wo Sirius Black wieder zu haben ist, dachte ich, vielleicht... könnte er jemanden für einsame Stunden gebrauchen. Also ich finde es viel wichtiger zu erfahren, wie er entkommen ist, als ihm Liebesbriefe zu schreiben. Meinst du, der Zeitumkehrer dieser Schülerin hat vielleicht was damit zu tun? Wieso genau hatte sie diesen Zeitumkehrer nochmal bekommen? Du meinst Hermine Granger? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. McGonagall hat dir den nur überlassen, um mehr Stoff lernen zu können. Du weißt doch selbst, wie streng die Vorgaben sind, um Zeitumkehrer herauszugeben. Einer 13-Jährigen einen so verantwortungsvollen Gegenstand zu geben, ist definitiv auch die richtige Wahl gewesen. Da stimme ich natürlich McGonagall zu. Und Burnout ist ja sowieso nur ein Mythos. So nämlich. Ich frage mich ja immer noch, was an den Gerüchten, die gerade im Schloss herumgehen, zu Peter Pettigrew dran sind. Sirius Black taucht auf und plötzlich soll Pettigrew wieder am Leben sein? Das ergibt doch keinen Sinn. Tote können ja nicht einfach wieder auferstehen. Hör mal, sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ähm... Du schreibst doch nicht etwa den Liebesbrief weiter. Nein? Die Sommerferien sind schon wieder zu Ende. Und das neue Schuljahr wird unsere zwei Sicherheitsbeauftragten vor besondere Herausforderungen stellen. Hast du schon mal was vom Trimagischen Turnier gehört? Oh nein. Stell dir vor, wo es dieses Jahr stattfindet. Nein, bitte nicht. Aber immerhin ist Mr. Ich-spring-Kopf-voran-in-jedes-Problem-Potter nicht volljährig und damit aus dem Spiel. Und es wurden bestimmt ordentliche Vorkehrungen von Dumbledore getroffen, dass auch nur volljährige Schüler mitmachen können. Nicht, dass noch jemand einfach den Namen von einem minderjährigen Schüler auf einen Zettel schreibt mit einer anderen Schule, sodass er definitiv gewählt wird. Nee, nee. Da wird schon dran gedacht worden sein. Und so würde das doch niemals unter der Aufsicht von Dumbledore passieren. Oder von anderen Schulen. Oder der Abteilung magischer Spiele und Sportarten mit Ludo Bagman. Oder vom ganzen Zaubereiministerium mit Barty Crouch Senior als Vertreter. Oder unter unserer. So nämlich. Harry Potter wurde als einer der KandidatInnen ausgewählt. Nun. Kann er nicht einfach sagen, er macht nicht mit? Ach, könnte er, wenn nicht irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, das Ganze mit einem Binden-Magischen-Vertrag zu hinterlegen. Was bedeutet in dem Fall Binden-Magischer-Vertrag? Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und was wäre, wenn er einfach vor jeder Aufgabe direkt aufgibt, so, dass er gar nicht erst in Gefahr kommt? Nein. Der späte Herbst bringt die erste Trimagische Aufgabe mit sich. Adelaine und Quincy sind vor Ort, um sich der Sicherheitsvorkehrungen zu vergewissern. Ganz uneigennützig. Natürlich. Ist das eng hier? Hättest du uns nicht einen Platz in den Lehrerrängen organisieren können, anstelle hier bei den Hufflepuffs? Ich bin so aufgeregt. Ich hab noch nie einen echten Drachen gesehen. Drache? Psst, du darfst hier nichts spoilern. Ach, das passt schon, das sehen die doch eh alle gleich. Ah, da kommt unser erster Teilnehmer, Cedric Diggory. Oh, raffiniert. Er verwandelt einen Felsen in einen Hund, um den Drachen abzulenken. Bello, da bist du ja. Bello. Aber immerhin lebt Cedric noch. Und er hat das goldene Ei, was man unter Wasser öffnen muss. Unter Wasser öffnen? Psst. Ein paar Bertie Butts Bohlen, Adelaine? Oh ja, Nervenfutter. Oh Mist, jetzt haben wir Fleur und Victor verpasst. Ah, aber jetzt kommt Harry. Was macht er denn da? Der klettert ja nur rum. Oh, aber schau mal, die günstigen Ketten, die wir bestellt haben, tun ihren Zweck doch ganz hervorragend. Und jetzt hat der Drache sich losgerissen. Aber zumindest haben wir jetzt genügend Budget, um im nächsten Jahr einen weiteren Helm für die Quidditch-Mannschaften zu kaufen. So nämlich. Ducken! Drei Monate später findet auch schon die zweite Aufgabe statt. Am See. Wer kam eigentlich auf die Idee, die Seeaufgabe im späten Winter zu machen? Hätte man die nicht mit der Labyrinth-Aufgabe tauschen können? Labyrinth? Psst, Mensch, Quincy! Oh, es geht los! Yay! Und jetzt? Starren wir eine Stunde mit den anderen auf den See und warten. Super! Wusstest du eigentlich, dass die Dichte des Wassers im Winter... Na, dann haben wir aber wenigstens jetzt Zeit, endlich die Beschwerden abzuarbeiten, die in den letzten Wochen und Monaten eingetroffen sind. Also, hier der erste Brief. An wen auch immer es angeht. Die Zentauren sind sich einig, dass die Unterbringung der Drachen im Wald in keiner Weise tolerierbar ist. Da sie unseren Feind standhalten und sich schwerwiegende Brandwunden zum Jagen nicht gut eignen, fordern wir sie auf, sie umgehend zu entfernen und sie für ihr unnützes Zaubererturnier woanders unterzustellen. Bane! Hm, na, das hat sich ja schon von allein erledigt. Perfekt! Äh, hier der Stapel ist voll von Beschwerden von Filch. Ein... Siebenmal beschwert er sich über Peeves, den Boltergeist. Äh, sechsmal über die Weasley-Zwillinge. Ach ja, und hier möchte er, dass wir die Foltermethoden wieder einführen. Vor allem für Erstklässler. Es ist zugegebenermaßen auch nicht unbedingt das Netteste, einen Squibb als Hausmeister in einer gigantisch großen Zaubererschule einzustellen. Über Dumbledores Einfälle wundere ich mich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Äh, hier haben wir noch eine Beschwerde von Amandas Eltern vorliegen. Wer zum Teufel ist Amanda? Mir ist zu Ohren gekommen, dass es auch dieses Jahr wieder einen neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste gibt und ich möchte positiv bemerken, dass ein ehemaliger Aura nicht die schlechteste Wahl für den Job ist. Aber? Aber wer bei Merlins Bad ist auf die hirnlose Idee gekommen, die unverzeihlichen Flüche in den Lehrplan mit aufzunehmen? Mit Live-Vorführung. Und dann steht da noch was von inkompetentes Sicherheitskonzept. Also, das lasse ich mir aber jetzt nicht gefallen. Inkompetentes Sicherheitskonzept? Sie tut ja gerade so, als wäre du weißt schon, wer gekommen und hätte die Flüche an den Schülern angewendet. Es war nur eine Spinne. So nämlich. Was haben wir als nächstes? Oh ja, mal was ganz Neues. Eine Beschwerde von Lucius Malfoy. Ach was? Diesmal schreibt er allerdings im Namen des Slytherin-Quidditch-Teams, welches sich beschwert, dass eine riesengroße Heckenlandschaft auf dem Spielfeld gewuchert sei. Quidditch findet dieses Jahr doch überhaupt nicht statt. Was mosern die jetzt schon wieder sinnlos rum? Eben. Das Spielfeld ist belegt. Wegen den Geheimnissen im Labyrinth. Du weißt, zum Beispiel das Rätsel mit der Sphinx. Rätsel? Sphinx? Quincy, jetzt pass doch endlich auf, was du sagst. Kümmere dich mal lieber hier rum. Oh, oh. Der ist vom Bund für magische Tierrechte. Und es ist zu Ohren gekommen, dass im Zuge des Trimagischen Turniers einige Tierrechte stark verletzt wurden. Nicht nur, dass ein Teilnehmer einen armen Hund als Köder eingesetzt hat. Bello. Ein anderer wandt einen Blendzauber gegen einen Drachen an, was zur Folge hatte, dass dieser seine eigenen Eier mit seinen Nachkommen drin zertrampelte. Und von der Idee, Drachen in einem trockenen Nadelwald in Käfigen zu halten, möchten wir gar nicht erst anfangen. Da müssen wir wohl mal dem Ministerium Bescheid geben, dass sie mal wieder eine großzügige Spende an den Bund für magische Tierrechte sendet. Diese Halsabschneider schreiben solche Briefe auch immer nur, um irgendwelche Spenden abzugreifen. So nämlich. Oh, schau mal. Da taucht die erste Person wieder auf. Aber Moment mal, das ist... Eine Kackwurst. Vielleicht sollte sich Hogwarts doch mal über eine Erneuerung des Kanalisationssystems Gedanken machen. Nicht nur das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, sondern auch das Trimagische Turnier. Die dritte und letzte Aufgabe findet nun statt und unsere zwei Beamten sitzen natürlich auf den besten Plätzen vorm Labyrinth. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün. Eine Hecke. Jo, jetzt du. Ich sehe was, was du nicht siehst. Hecke. Jo. Wahnsinn. Oh, schau mal. Da hinten tauchen rote Funken auf. Oh, jetzt wird's ja doch interessant als zuschauende Person. Das war doch wirklich eine unserer besten Ideen, die roten Funken als Hilferuf vorzuschlagen. Ja, so kann wirklich niemandem etwas Ernsthaftes passieren. Einige Stunden später. Oh, Harry ist zurück und er hat den Pokal. Cedric ist bei ihm. Haben jetzt etwa beide gewonnen? Och, wie langweilig. Zugegeben, die beiden sehen schon echt kaputt, blutig und lädiert aus. Ach, niemand hat gesagt, dass die Aufgaben einfach werden. Und ein wenig Blut ist ja nicht direkt eine Hand ab. Und immerhin lebt Cedric. Äh, naja. Bisschen Schwund ist immer. Sieh es so, seit fünf Jahren während unserer Arbeit ist ansonsten keiner aktiv gestorben. Außer Quirrell. Ja, aber das ist kein Schüler. Und es war ja außerdem auch nur ein Hufflepuff. Genau. Und es ist ja nicht so, als wäre ein gewisser dunkler Magier zurückgekehrt. Ich finde auch, wir haben eigentlich einen guten Job gemacht. Hoffentlich kommt jetzt keine Beschwerde von Cedrics Familie. Große Veränderungen stehen im neuen Schuljahr an. Das Ministerium mischt sich in die Schulangelegenheiten mit ein. Dolores Umbridge übernimmt die mal wieder frei gewordene Stelle für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Schnell stellt diese jedoch eigene Ausbildungserlasse auf, die selbst unsere Sicherheitsbeamten untergraben. Ach, wir haben da so einen Brief erhalten. Eine Beschwerde? Ja, könnte man so betiteln. Von Malfoy? Von Umbridge. Ja, es ist eine Beurteilung zu unserer Arbeit. Aufgrund der vergangenen Misskalkulationen sehe ich mich gezwungen, ihre Arbeit in der Zukunft strenger zu überwachen. In Folge dessen müssen alle von ihnen getroffenen Entscheidungen von mir bewilligt werden. Wie kann sie es wagen? Das geht nun wirklich zu weit. Die Erlasse 1 bis 16 waren schon der absolute Witz. Aber mit Erlass Nummer 17 hat diese sogenannte Großinquisitorin wirklich den Bogen überspannt. Sie raubt uns quasi unsere gesamte Autorität. Hm, meinst du, wir können die Weasley-Zwillinge irgendwie unterstützen? Ich hörte, sie suchen gerade ein paar Probanden für ihre Zauberscherz-Kollektion. Ja, dann lass uns doch da freiwillig anmelden. Alles was hilft. Ich schicke sofort eine Eule. Nachdem der Ausbildungserlass Nummer 25 verabschiedet wurde, durfte Umbridge nun auch die milderen Strafen der anderen Lehrer härter verrichten. Aufgrund einer Schlägerei wurden daher die Besen der Weasley-Zwillinge beschlagnahmt. Was wollte Umbridge eigentlich eben von dir? Sie wollte von mir eine sichere Befestigung für die Besen haben. Hm, hast du getan, was ich denke, was du getan hast? Hm, ich weiß gar nicht, was du meinst. Hast du ihr die übrig gebliebenen Ketten von der Drachenei-Aufgabe gegeben? Du meinst die, die alle Drachen so super angekettet hatten, vor allem den ungarischen Hornschwanz? Hm, genau die. Vielleicht? Und was wollte sie eben von dir? Sie wollte, dass ich Baupläne von Hogwarts nach einem versteckten Zimmer absuche, in dem sich eine Schülergruppierung aufhalten könnte. Und was hast du ihr gesagt? Dass wir wirklich schlecht im Baupläne lesen sind. Tja, damit hast du ja nicht mal gelogen. Nach einem durchaus spannenden Ausflug ins Ministerium wurde das Schuljahr damit beendet, dass Umbridge die Schule verließ. Yay! Und Voldemort nun offiziell zurückgekehrt ist. Nee! Das neue Schuljahr begann vielversprechend ruhig zu werden, bis sich plötzlich eine Gefahr für die SchülerInnen von Hogwarts auftat, dessen Ursprung erst von unseren Sicherheitsbeamten ergründet werden musste. Oh nein. Wer würde denn auch damit rechnen, dass in Hogwarts Med vergiftet wird? Also genau genommen stammt der Med ja aus Hogsmeade. Stimmt. Dann konnten wir ja da auch nichts machen, wenn selbst ein Zaubertrankmeister nicht mitbekommt, dass Gift in ein harmloses Getränk gemischt wird. Ja. Wie sollten wir das dann erst tun? Wir haben übrigens zwei Briefe gekriegt. Der eine ist von Lucius Malfoy, ja. Der beschwert sich, dass sein Sohn keine Einladung zu den ausschweifenden Partys eines Lehrers bekommen hat. Aber der andere ist interessant. Draco Malfoy ist ein Todesser, gezeichnet HP. HP. HP? HP. HP. Wer könnte das wohl sein? Ja gut, was soll uns das jetzt auch sagen? Todesser zu sein, das ist ja seine freie Entscheidung. Er ist ein freier Mensch. Ist ja nicht so, als würde er hinter den Angriffen auf die Schüler stecken. Ich komme immer noch nicht drauf, wer HP ist. Zu aller Überraschung griff Harry Potter Draco Malfoy mit einem seltenen Fluch an, der diesen mit Blut überströmen ließ. Ei, 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 da zeigt Harry mal eine ganz andere Seite von sich. Gefällt mir. HP. HP. Ich, ich hab's. Harry Potter. Du meinst, Harry Potter schreibt uns so einen Hinweis? Ja, natürlich. Jetzt ergibt alles Sinn. Harry Potter steckt hinter all den Angriffen. Und diesen Brief hat er geschrieben, um von sich abzulenken. Bei Merlin, wie dumm wir waren. Am Ende des Schuljahres schaffte es eine Gruppe Todesser mit der Hilfe von Draco Malfoy und einem Verschwindekabinett nach Hogwarts. Und es entstand ein großer Kampf, bei dem sowohl einige SchülerInnen zu Schaden kamen, als auch Dumbledore ermordet wurde. Ich wusste es die ganze Zeit. Draco ist doch mal ein Todesser und er steckt hinter all den Problemen in diesem Jahr, dass du auch nie auf mich hörst. Moment mal, also... Ich meine, es lag doch auf der Hand mit dem Brief, den wir bekommen haben. HP. Harry Potter. Ich meine, warum sollte man Harry Potter nicht glauben? Aber er hat das bestimmt auch mehr Leuten als uns gesagt, dass er Draco verdächtigt. Quasi bestimmt ganz Hogwarts. So nämlich... Wer hätte gedacht, dass ein Ort, von dem man immer wieder sagt, es sei einer der sichersten Orte der Zaubererwelt, durch ein verschwindekabinett überlistet werden kann? Naja... Naja, was? Hieß es nicht, solange Dumbledore in Hogwarts ist, ist es der sicherste Ort? Ja, wieso? Naja, dann... Hat sich das dann... Ja, jetzt erledigt. Das wohl härteste Jahr in Hogwarts bricht an. Todesser regieren die Schule, foltern SchülerInnen, während im restlichen Land die Angst fast greifbar ist. Okay, I'm out. Hast du einen aktuellen Reisepass? Yep, auf zu den Malediven. Während in Hogwarts die finale Schlacht gegen Voldemort und seine Anhänger ausgetragen wurde und man viele Verluste zu beklagen hatte, sonnten sich Adelaine und Quincy an einem warmen Sandstrand auf den Malediven und verschwendeten nicht auch nur einen einzigen Gedanken an ihren bisherigen Beruf. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sonnen sie sich noch heute. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie nicht gestorben, wenn sie nicht gestorben sind. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie nicht gestorben. Vielen Dank.